Karastrofe. Wir sind jetzt mit dem Speedcard heute echt gut dabei gewesen. Wir waren die letzten Tage oder die letzten Wochen schon ein paar Mal auf den kleineren Strecken. Da waren wir echt noch ein bisschen hinten dran. Aber jetzt mit unserem Gewicht auf der Hinterachse, mit dem verleckerten Radstand, konnten wir echt gut vorne fahren, auch gerade mit dem GSX-R600-Motor. Der hat eine Top-Arbeit auf der Gerade gemacht. Wir sind jetzt hier. Bleib heil, danke Berklin. Wie heisst du? Dias Albers. Sieben-Limit-Best. Sieben-Limit-Best. Sieben sich da. Da kommt jetzt noch mal ein bisschen weiter. Der Bremsler-Best. Der Bremsler-Best. Der Bremsler-Best. Der Bremsler-Best. Jetzt wieder in zwei. Mit der Atomal-Best. Die Kürtel-Best. Ian Albers. In Führung. Fui Albers. Macht's am Rappen. Und durch. Wo kann man das nachher sehen? Hammerweich. Aber hart gab's schon. Ja. Lenkung ist komplett müdebaut. Man braucht einen wesentlich weiteren Lenkeinschlag. Um den Griffwinkel hinzukriegen. Ja. Das ist ja beim normalen Kart gar nicht gewollt. Ja, das stimmt. Das ist aber kein Arbeitsstück. Mhm. Auf Asphalt will man nicht driften. Könnte man damit, ja. Aber in der Regel ist es auf Asphalt. Fährt man eine saubere Linie um schnell zu kommen. Da ist jeder. Drift kostet Zeit. Und hier ist er natürlich genau umgedreht. Ja. Im Untergrund ist dritten schnell. Wie kommt's? Ja. Da muss man aber ja kommt noch. Na los, wegen Grund. Könnt ihr irgendwo üben oder so? Macht ihr das? Gar nicht. Nö. Einfach. Dann hier. Und deswegen, also mit Speakers. Alle drei Runden, alle auf dem ersten Platz. Es hätte nicht besser laufen können für uns. Wir sind super happy tatsächlich. Also wirklich wunderschönes Event. Ja, Christa, 30 Jahre Bahnhof. Wir sagen, danke schön. Wir sagen, leb wohl. Lass es dir gut gehen. Wir gehen in Betelung! Durch die Ballmöglichkeiten. 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 Ich bin super happy. Ja, komm! Das ist mein Insiding. Da werde ich mit dem Daumen jetzt gespeichert. Von Reichen. Maxi! Maxi! Verruhigt euch mal. Ich bin dick. Halt, los. Klaus! Ja, hast du aber langsam nicht erwähnt. Lassine! Langsam aber auch. Tut mir leid. Tue noch dazu. Hey! Da ist nix. Aber das war wild. Wir sind ja alle auf dem Baden gewesen. Der Vollgas hat hier. Wir haben uns alle auf dem Baden gelegt. Auf dem Baden. Richtig. Ich hab mich jetzt auch mal vor. Ich hab mich jetzt auch mal vor.